Jetzt sind wir zum Frühstücksbuffet im Oasis. Sieht sehr lecker aus. Und hier ist man mit Kindern sehr, sehr gut aufgehoben. Hier gibt es alles, was das Herz für Kinder und für auch die Erwachsene Wasser mögen. Hier ist das Wasser. Hier ist das Wasser. Hier ist das Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020